Okay. Was, Barti, machen? Lautstärke-mäßig okay? So, hallihallo. Ich hoffe, es klappt jetzt alles. Schön, schön. Ich heiße euch willkommen bei den Vorbereitungen auf die Alpha 16 mit dem Chaos-Team, was noch keinen wirklichen Namen hat, den wir uns noch überlegen werden. Und dabei sind heute Proxy, der direkt vor mir steht. Hallo. Dann ist Despro dabei, der irgendwo draußen rum macht. Servus. Und Regenbogenmaus ist dabei, die zu Hause gerade wach hält. Servus. So, wir drei sind in der Stadt. Es ist Nacht. Wir sind im oder auf dem Bunker. Kommt drauf an, wer. Und ich glaube, wie gesagt, wir hatten eben schon überlegt, was wir heute noch machen müssen. Und ich glaube, wir wollten eigentlich wirklich nur so ein paar Häuschen noch durchgucken. Ich weiß gar nicht, was wir alles da haben. Du bist oben drinnen, ne? Jo. Und, ach, den Chemietisch hat neu gefunden. Das ist gut. Batterien, etc. Waffenteile. Ist immer noch ein Bauplan Schrotflinte drinnen. Der kann auch gelesen werden. Den haben wir ja, glaube ich, aufgehoben für die Regen. Ach ja, genau. Für Mausi. Weil wir den alles schon können. Das ist nämlich schon intus. Genau, dann haben wir Kaffeeboden bringen wir Mausi mit. Oh, wie aufregend. Zwei Goldnuggets bringen wir Mausi mit. Fünf Silbernuggets bringen wir Mausi mit. Ich weiß gar nicht, wo wir die alle gewonnen haben. Ja. Das könnte knapp werden, ne? Mit der Lagerung, ähm, mit dem Pack. Naja, wir sind doch eh zu dreht. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen das schon mit. Wo kann man den? Aber nicht, ne? Werkbank auch gefunden? Äh, ja, die haben wir aufgestellt hier, oder? Ja, siehst du? Ja, genau. Können wir auch für die Kelle hier zusammen machen? Ja. Und ich würde sagen, so ein bisschen was können wir da... Äh, was wollte ich machen? Ich glaube, ich wollte irgendeinem was craften, damit ich wieder hochgepusht kriege. Ähm, hast du deine Aufnahme? So, hi, Maskata. Hast du deine Aufnahme schon gestartet, oder machst du was beim Tag? Ähm, ich hab die jetzt gestartet, aber ich kann nochmal von vorne anfangen. Nee, ist alles gut. Ich nenne die dann wieder mittendrin, ich stand nur dabei, wie immer, das ist so Standard. Nö, das ist okay. So, äh, was war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Betonmischerei habe ich schon, Werkbank brauchen wir ja nicht. Stahlschmieden wollte ich dann als nächstes, ne? Ja. Ja. Okay. Das kriegen wir alles hin. Oh, na, Sterne, Glanzparser, jo. Stimmt, Kleidung habe ich ja nebenbei noch gemacht, ne? Dann weiß ich, was ich machen will. Jo. Ja, das wird jetzt am Anfang erstmal wieder kofften. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Wuttenklaps. Ja, und wir sind ja mitten in der Nacht. 3,80 hatte ich da. Mausi macht zu Hause die Ordnung. Oh, Miss Kater, wie geht's dir? Die begrüße auch von mir. Stimmt, ich kenn's ja, ne? Ja. Ach, ja. So. Für die Stream-Zuschauer ab morgen habe ich wieder eine neue Webcam. Im Moment habe ich meinen neuen PC hier stehen. Anscheinend funktioniert alles. Ich habe es eingestellt gekriegt. und falls irgendwas ist, sagt Bescheid, dass ich noch irgendwas umstellen muss. Wie gesagt, ab morgen ist wieder dann mit Webcam. Dann seht ihr mich auch ein wenig verändert wieder. Hoffentlich nicht nackt. Nein, das nicht. Haare ab? Ne, neue Brille? Ich glaube eher ein wenig mehr Haare. Oh, Haferpflanzung, okay. Boah. Extensions. Extensions um den Mundbereich rum, genau. Nein, ich lasse mir im Moment meinen Bart ein bisschen wachsen und nächste Woche Dienstag an meinem Geburtstag werde ich schön zum zum Bartschneider gehen. Oh. Du willst also für deinen Geburtstag passenderweise endlich erwachsen aussehen. Also älter als 20. Ja, genau. Genau. Okay. Vorher sah ich ja so jung aus. Das ist, jetzt sehe ich dann wenigstens wie 22 aus. Ich habe dich auch, Lieblingskater. Ich weiß, wo du posten. Du könntest eine Live-Übertragung machen beim Friseur. So ein Livestream. Oh. Dann muss ich aber meinen Läppi wieder mitnehmen. Ja. Ja. Obwohl Livestream weiß ich nicht. Wenn, dann mache ich eine Aufnahme. Wie ich muss die Stellen rausschneiden, bei denen du weinst, wenn er wegschneidet. Nee, wie ich dann bei meinem Bart hier sitze und Zigarre in der Hand und Whisky in der Hand und weil ich gönne mir das volle Programm Haare schneiden, Bart schneiden und Whisky und Zigarre. So lange es nicht das VW-Programm ist. Das gibt es hier für 25 Euro. Also billiger kann es sein. Was ist denn hier mit der einen Wand, wo noch keine Cobblestone-Frames gesetzt sind? Die für was vorgesehen oder soll ich da Frames setzen? Gute Frage. Wie weit war es schon zwei Wände für Wände? Also als Wände. Wie groß wolltet ihr den Raum dann unten haben? So groß wie er jetzt ist? Ja, der ist eigentlich fertig. Ich war unten nur einmal ganz kurz, weil ich gedacht habe, ihr seid da schon zu dritt. Und der Rest ist ganz normal dicht. Verkoppelt. Nur wie gesagt, dieses eine Teilstück nicht. Dann hatte ich da wahrscheinlich keine Strahle mehr. Ich bin jetzt gerade hier am Machen. Dann haben wir ihn wahrscheinlich da weggeholt, weil wir unbedingt in der Stadt wollten zu dritt. Genau. Hab mich mitgezerrt in das große, weite Wäldchen. Ja, ich kann das sogar begründen. Ich bin Packesel, gib's doch zu. Wir wollten ja, dass die Aufnahmen auch ein bisschen mal was anderes haben. Genau, nicht nur relevant. So, und deswegen haben wir ihn dann mitgezerrt in der Stadt. Ein bisschen Action brauche ich ja auch mal, so ist ja nicht. Und da es Proxy ist, haben wir auch gesagt, wir gehen nicht in die Stadt null. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das mit der Alpha 16, das wird wohl noch mindestens drei Wochen dauern, anscheinend. Ja, nix mit deinem Geburtstagsgeschenk. Nee, aber, mein Gott. Ich hab, ich hab einen neuen PC, der Stream funktioniert jetzt um einiges besser. Ich bin jetzt mit, mit laufendem Seven Days im Spiel, bin ich jetzt bei sechs Prozent CPUs, sagst du. Hm, was will ich mehr? Ja. 5,8 wie ich. Nice. Gut, du streamst ja auch nicht, du nimmst ja nur auf. Nee, stimmt. Und es schwankt auch zwischen 5 und 7,5. Ja. Also bei mir... Da haben die CPU runtergetaktet. Ich bin ja runtertakter. Bei mir ist es zwischen 5 und 7. Mit, mit Stream. Das ist schon ganz okay. Ich bin ja Underclocker. Wie haben wir eigentlich hier da die Uhrzeit nicht? Äh, ich sehe sie auch gerade nicht. Bei Uhr 37. Ah, okay. Dankeschön. Dann hab ich noch ein bisschen Gras. Ich hab ja 386. So, ich muss, ich muss mich natürlich bei meinem, bei meinen Stream zuschauen mal ein bisschen entschuldigen. Ich hab jetzt locker zwei bis drei Wochen nicht gestreent. Weil wegen technischen Problemen mit dem Laptop. Und ich hoffe, die verzeihen mir auch alle. Äh, dafür wird jetzt häufiger gestreent. Und mehrere Spiele. Oh. Und natürlich auch bei YouTube hochgestellt. unter anderem TTT eventuell mit Miss Carter. Titel, Thesen, Temperamente. Okay. Ach, und Leech of Legends. Natürlich. Danke, Miss Carter. Spannende Diskussionsrunden mit Meinungsverstärker. Oder wie war das? Ja, das ist so. Hallo, Damir. Schönen Gruß. Ich gehe davon auch aus. Genau. Auch von anderen. Genau. Genau. Servus. Grüezi und Hallo. Mindestens. Hallo, Maulwürfling. Und die noch dabei sind. Genau. Sehr, grüßt euch auch. Und Damir, falls du es noch nicht mitgekriegt hast, Stefan ist jetzt Despo. Ja. Despo nix. Aber sonst ändert sich nix. Sonst ändert sich nix. Ja doch, unser Name ab nächster Woche. Ja. Falls die Zuschauer noch schöne Vorschläge haben, immer gerne her damit. Die kommen mit in die Verlosungskiste. Oh ja. Was gibt's zu gewinnen in deinem Laptop? Äh, nee. Äh, meinetwegen ein Treffen mit mir, aber. Oh. So, kommt mir aus aus dem Bunker. Los, los. Ja. Ja, komm. Äh, was ist Stefan? Stefan ist jetzt Despronix. Er hat sich umbenannt. Er hat sich einen cooleren Namen ausgesucht. Ja. Er, das, er, das, äh, destroyt alle, alles, was ihm in die Hände kommt, aber das wissen wir ja schon. Alle Zombies. Boah. Das ist so eine ganz andere Sache hier. Mit dem großen Monitor. Ja, das glaube ich. Und dann natürlich wirklich alles, alles voll, ne? Alles auf, äh, vollen, vollen Einstellungen. Oh, ja, ja, ja. Alles auf voll? Naja. Was ist denn vorher? Ähm, ich habe vorher ein wenig eingeschränkt. Gerade, wenn ich auf dem Server bin. Lollipop, die Bank haben wir ja schon letztes Mal gemacht, Alter. Ja, die Bank hat man, genau. Das war, glaube ich, das Letzte. Ich mache noch die 93. Hatten wir die Scheinwerfer im Theater schon? Ja. Ich hatte zwei mitgenommen und du hattest gesagt, da sind noch zwei, also würde ich an deiner Stelle nochmal nachgucken. Ah. Äh, ja, Miss Carter, du darfst mich auch so treffen, ohne es zu gewinnen. Das haben wir ja schon gesagt. Und da freue ich mich auch schon drauf. So. Ich habe das jetzt auf diesem Monitor und auf diesem PC erst einmal angespielt, ne? Okay. Das wird sehr interessant. Nicht, dass du erschreckst, weil die Monster immer so groß sind, die Zombies. Das könnte natürlich sein, aber ich habe auch schon ein paar Zombies gekillt. Okay. Nur ich glaube, bei so einem Peralen oder so könnte ich mich ein bisschen erschrecken. Ich habe jetzt 390er Wooten Klapp, nur zur Info. Ja, das hört sich schon mal. Das kommt so langsam in die Richtung, was macht. Theater. Ja, ich bin dabei. Ich habe mir schon gedacht, dass du mir so was sagen willst. Ach, davor. Nee, das ist ein Lautsprecher. Komm her. Komm zu mir und dreh dich in die Richtung. Ach, da oben. Ah, okay. Ja, die habe ich total übersehen. Hat er? Ja, die siehst du nicht so leicht, weil die eben da sind. Ja. Hast du Frames mit? Mach ich gerade. Achso. Ja, gut. Wrench hast du ja auch dabei. Hatten wir ja alle mit, ne? Eben. Okay. Das ist natürlich gut zu wissen. Die habe ich dann sonst auch übersehen. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass es nur zwei sind. Nee, nee. Cool. Okay. Man lernt immer wieder was dazu. Mhm. Habt ihr euch eigentlich die Folge mit mir bei Schnitzel angeguckt? Nee, noch nicht. Noch nicht? Welche Nummer war denn das? Ich glaube, das war die dritte oder die vierte Folge von ihm da. Bei dem To Survive oder was? Ja, ja. Bei diesem war ja nur bis Tag sieben heute dann. Mhm. Da, hier eben die Walktour mal drin. Wo? Hier gerade an so einem Haus. Das ist noch zu. Ja, die Häuser haben wir noch nicht alle. Sollen wir die auch noch machen oder eigentlich nicht? diese Villen vielleicht wegen Leder und und Brace. Hier ist noch eine Villa. Damien sagt mir die dritte Folge. Also Damien hat es gesehen. Wie fun ist das? Wie fun ist das? Meine Gastrolle? Meine paar Erzählungen? Hä? Ach, dahinter. Ach, da. Jo. Ja, dahinter ist auch noch irgendwo einer. Ach, du hast ja die Crossbow, dann kannst du es auch machen. Ich gucke mal gerade, ob ich noch andere Pfeile habe. Oder ist der da drinnen? Meine alten Pfeile loswerden. Ah, da ist er im Brunnen. Was, ein Hund? Im Brunnen. Ach so, im Brunnen, ja. Im Brunnen ist er gefangen. Ich habe eine Potato. Yippie. Yay. Irgendwie ist mein Sound hier, glaube ich, ein bisschen zu laut. Hast du den Safe im Theater auch gelootet? Äh, ich glaube schon, ja. Der war doch oben, ne? Sonst. Oh, da ist jetzt wieder zu. Müsste ich gelootet haben. War hier im Wasser nicht auch noch was? Wee. Tschüss. Ey, auf. Jo. Genau, hier unten war auch noch ein Safe und so. Ach, du Kacke. Bei Water. Deckst du mir den Rücken? Äh, nö, ich bin nicht im Wasser. Nein. So nah komme ich jetzt nicht. Ach. Hier ist offensichtlich keine, außer raus. Komm ich da nicht. Gibt es da unten was? Ja, ja, ein Safe. Echt jetzt? Im Wasser? Wie geil ist das denn? Ja, ja. Ich wusste, dass da irgendwas ist. Ich wusste nicht mehr was. Okay. Wie immer wüsst. Danke da mir. Okay, das war nicht. Wenn da im Wasser ist. Ja, gut. Ich kann hier im Wasser stehen. Ich muss mich halt nur bücken, um den kaputt zu schlagen. Kann man wegklopfen? Na, wichtig ist, dass du mir den Rückenfreiheitsfahrt hier jemand kommt. Ach, da muss ich bücken. Pass auf, ich komme Boxi. Äh, Boxi ist da oben. Was denn auf? Noch nicht ganz. Aber ich muss Luft holen zwischendurch. Also, ich bin andetektet, von daher. Das ist schon mal gut. Keep going. Äh, toll. Papier. Hm, hm. Dann doch lieber Leder, ne? Äh, Leder wär schöner. Gehen wir mal rein. Ja. Klopfen mal an, ob jemand da ist. Kreuz doch schon was rum. Akustisch, hier euch doch was. Ah, das sieht auf jeden Fall gut nach Leder aus. Leder, Leder, Leder. Nehme ich oder nimmst du? Äh, ne, aber auch nicht. Ich hab noch keinen Stack Leader und deswegen... Ich auch noch nicht. Na dann, ist wurscht. Aber irgendwo hab ich was gehört. Überbau auch. Aha, okay. Oh, da kommt was. Da kommt was? Jetzt nicht mehr. Da kam was. Äh, da haben wir so einen richtig hundertprozentigen Termin für die Alpha 16 gab's nicht. Auch keinen Fall. Die haben irgendwie vor ein oder anderthalb Wochen, ich glaub anderthalb Wochen ist was her, da haben sie irgendwie gesagt, äh, noch drei bis sechs Wochen. Also, ähm, ich geh davon aus, mindestens drei Wochen haben wir noch. Und ich hoffe, dass es dann wenigstens irgendwie Ende Mai oder Anfang Juni dann ist. Ähm, haben sie gesagt, drei Wochen bis zu der Experimental oder bis zur Final? Das haben sie gar nicht gesagt. Ja, genau, das ist nämlich, dass wir alle noch reizeln dran. Also, ich, ich gehe jetzt im Moment noch davon aus, da die drei bis sechs Wochen gesagt haben, dass die, äh, drei Wochen, ähm, jetzt noch ein bisschen dran rummachen und dann, äh, halt gucken, dass die da noch Fehler ausmerzen. Und wie lange das dauert, deswegen wahrscheinlich diese noch mal bis zu sechs Wochen. Also, weiß ich nicht. Bist du oben oder unten? Äh, nee, ich bin hier noch unten. Da war noch Leder. Ja, ich nehme mir den Press. Ich nehme mir den Press hier oben. In der Police Station war man noch gar nicht drin. Nee. Okay. Hier hat man noch nicht. Das könnte sich noch lohnen, ne? Ja. Ja, bin ich gerade. Das wird ja auch reichen, wenn wir nur um 16 Uhr oder so wegkommen, ne? Ein bisschen was zulegen, ne? Ähm, jo, hier ist auch nicht mehr so viel in der Ecke hier, ne? Ah, hier ist noch Leder. Oh, da liegt jemand. Da ist noch Dingsbums. Liegende Tote, die nix sagen, sind mir noch die Lieblingstote. Okay, ich habe eine Herausforderung gefunden. Töte ein paar Hühner mit einer Nailgun. Okay. Okay. Äh, mache ich. Mache ich. Ich habe keine. Football Helm. Oh, hier ist noch ein Safe. Ja. Und eine Handtasche. Oh, da ist Geld drin. In der Handtasche war Geld drin. Wie kommt da Geld rein? Naja, vergessen. Oh. Dann gehen wir gleich Richtung Police Station, ne? Ja. Ich gehe davon aus, Stefan ist auch schon da, ne? Aber ich sehe gerade, die Folge ist eigentlich schon rum. Deshalb, äh, verabschiede ich mal die Zuschauer. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschö, tschö. 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 Tschö.